Das heißt, wir können jetzt in jedes Zimmer, was vorher abgeschlossen war, können wir jetzt rein oder was? Schon wieder, I stick it under 302's door. Und noch eins. Torn red paper. I stick it under 302's door. Was zur Hölle? Founded by Nurse Rachel. Return it to room 202 together with the part of her boyfriend Mike Torf. Ja, das ist bestimmt die Kiste mit der Nabelschnur, aber er will nicht reingucken. Und würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen, wenn ich eher wäre. So, also wir haben jetzt Schlüssel gefunden für Apartment. Gut, das heißt, wir können jetzt in jedes Zimmer wahrscheinlich rein. Bedeutet also, wir überprüfen jetzt noch die andere Seite des ersten Stocks und danach, oder wenn wir mit dieser Seite fertig sind. Und danach gehen wir wieder nach oben und gucken mal, ob man irgendwas... Okay, jetzt können wir überall rein. Das ist ja fett. Und hier ist ein Fernseher. Und nichts weiteres. Äh, läuft doch mal richtig. Wie läuft er denn jetzt, ey? Aber hier war man doch noch nicht, oder? Naja. Hier. Hier. Hier liegt doch was. Hier ist doch was. It says my darlings number. In the numbers, it looks like a full number. Ja. Ja. Super. Rachel. Nee, Raphael. First Ed Kit. Und hinter uns ist was. Oh, der hat ein Messer. Scheiße. Scheiße. Ah. Ich bin hier raus. ich muss sagen ich muss mir die Läden suchen Lautsprecher Toilette Geist Schon wieder er Warte mal da liegt da was Was Hier kommt es hinterher Scheiße Ich suche das weiter Trotzdem ist es ein Bug, dass das Telefon immer noch klingelt So ich geh da jetzt rein Und wenn ich wieder da bin, dann sollte das Klingeln verschwunden sein Da sind wir wieder Ich lach mich tot jetzt klingelt es bei uns auch Ey, da dreh ich aber mal Rad Toll, da hab ich den Geist aufgeschreckt Ah, super So So Ich speichere auch gerade mal Ähm Yes Ich will ja speichern So Warte mal Äh Ich will mal ne Sachen nach Also ich leg die Kacke jetzt weg Weil die Axt nämlich viel besser ist So Hier hab ich wieder irgendwelche Zettel Und die brauch ich bestimmt auch nicht Die Puppe weiß ich noch nicht Ob man die noch braucht Deswegen behalte ich es erstmal Ja Was ist das? Locker Key Okay War ich da schon den Zimmer? 106? Ich weiß es jetzt noch gar nicht Gut Gehen wir wieder zurück Gucken wir aus immer noch Klingel, ey Klingeligling Hier kommt der Scheiß Kein Bock mehr Es klingelt immer noch So Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Okay, äh Wir müssen doch mal in Zimmer 106 um äh Ja Ja und Wir haben ja einen Schlüssel gefunden Den müssen wir ja irgendwie benutzen Scheiß auf den Geist Hier muss doch irgendwo dieser Schrank sein Kann das doch wieder There is a phone ringing somewhere Ja wie wärs mit dem Ah das müssen wir wahrscheinlich finden Ich wünschte ich hätte mir das Schwert mitgenommen Ich wünschte ich hätte mir das Schwert mitgenommen Ich 304 자가 Scheiß aufschlar Stuttgart Jak